Um den Shopper 11 als Erstlingswagen zu benutzen, gibt es das Trio Set, besteht aus der Liegewanne für die ersten Wochen und Monate des Babys, zusätzlich dem Autositz Gruppe 0 Plus für den schnellen Einkauf zwischendurch oder für den kurzen Ausflug und schließlich natürlich der Buggy Shopper 11 als leichter Sportwagen für die Zeit danach. Die sehr große und geräumige Wanne bietet genügend Platz für dein Kind für die ersten Wochen und Monate. Sehr weich gepolstert mit einer Winddecke. Auch das Abnehmen der Wanne ist kinderleicht. Einfach die beiden Knöpfe auf der Oberseite der Wanne drücken und abnehmen. Das Aufstecken genauso einfach, links und rechts ansetzen, einmal drücken, fertig. Für den schnellen Einkauf zwischendurch oder den kurzen Ausflug ist dieser Wagen auch als Travel-System erhältlich. Der mitgelieferte Autositz lässt sich ganz einfach abnehmen, unterhalb die beiden Knöpfe drücken, links und rechts, abziehen. Das war schon alles. Und das Aufstecken umgekehrt genauso einfach. Ansetzen, andrücken und fertig. Shopper 11, ein leichter und wendiger Sportwagen, der ideale Begleiter für jeden Tag. Praktische Details, wie der große Einkaufskorb und das Ablagepad am Schieber sowie die Utensilientasche am Dach machen ihn zum Alleskönner. Mit der verstellbaren Fußstütze und der stufenlos verstellbaren Rückenlehne erreichst du immer die ideale Sitz- oder Liegeposition für dein Kind. Die schwenkbaren Vorderräder erleichtern das Schieben und im unebenen Gelände kannst du sie selbstverständlich feststellen. Auch für den Transport im Auto ist das Zusammenfalten denkbar einfach. Links und rechts in die beiden Öffnungen greifen, nach oben ziehen. Das war schon alles. Auch das Aufstellen ist denkbar einfach. Einfach hochziehen. Fertig.